Hallo, ich bin David Mond und 22 Jahre alt und wohnen zu Däverling. Während der Woche sind ich sich jetzt Beamtin. Mit dem Weekend nennen ich mich DM-Cosplay als ich Cosplay auf verschiedene Conventions, wie der Luxemburg Gaming Experience zum Beispiel. Wird Cosplay könnt für Kost für Kostüme und Play für Player. Das Ticket geht dir voller ganz zu einem Personag aus einem Manga, einem Videospiel, Comic oder Film. Zunter Anfang 2015 mache ich nicht meinen Kostüme selber. Ich ziehe mir immer die Böde aus Personagen heraus. Richtig krass. Da will das Trainieren schon alldach. Am Moment sind nicht mit meinem Lieblingsmanga gegangen. Du hast das Geil. Ein richtig cooler Personag. Dem der Kostüme bauen ich gerade noch. Jetzt sehe ich immer, dass ein Leben aus vielen verschiedenen Leben besteht. Mein Mind besteht noch aus 100 Jahren Geschichten.